Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect in der Legendary Edition. Wir sind in Teil 2 unterwegs und sind da noch nicht sonderlich weit gekommen. Wir haben lediglich, ich sag mal, das Intro beim letzten Mal gespielt und es ist schon etwas länger her. Nichtsdestotrotz muss es ja irgendwie weitergehen und wir werden in dieser Folge die ersten Crewmitglieder rekrutieren. Ich denke mal, so in den nächsten 2-2,5 Stunden werden wir da auch ein bisschen was geschafft kriegen. Und würde sagen, wir legen direkt los. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann, ja, und ihr noch kein Follower meines Kanals seid, dann würde ich mich selber ein Follower freuen. Und an diejenigen, die es nachher auf YouTube schauen, ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst mir gerne ein Abo da. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, und dann starten wir rein. Ich hab nochmal ins Questbuch reingeschaut. Ne, das ist nicht das Questbuch, das ist das Questbuch. Und ja, ihr seht, es ist wirklich noch einiges zu tun. Wir haben ja auch gerade erst angefangen. Und starten werden wir mit dem Professor, den werden wir als erstes rekrutieren. Allerdings hat, ähm, wie heißt sie? Kelly hat uns eben nochmal, oder hat mich eben beim Laden des Spiels darauf aufmerksam gemacht, dass es, ähm, Gesprächsbedarf gibt zwischen Joker und, ähm, ja, Shepard. Deswegen, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann schauen wir mal, was er so zu sagen hat. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten zwei Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Das wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, sie können einen aber echt runterziehen. Ja, also ein kurzes Kennenlernen, oder nicht Kennenlernen, ein kurzes Wiedersehensgespräch. Es ist ja noch nicht allzu lange her, dass Joker und Shepard sich wiedergefunden haben, sozusagen. Und genau, Crewmitglieder brauchen im Moment noch nichts zu bespaßen, denn wir haben ja noch keine. Und wie gesagt, starten möchte ich auf Omega. Ja, Mann. Danke. Okay, außer zwei. Zwei Crewmitglieder haben. Aber die sind ja natürlich ab Werk da. So würde ich es mal sagen. Wir können zwei Gruppenpunkte vergeben. Man kann vielleicht sagen, dass wir so ein bisschen in Kampfmeisterschaft investieren und vielleicht auch Brandmunition. Das ist gar nicht so verkehrt. Was haben wir noch? Jacob. Ja, der hat noch sechs Punkte zu vergeben. Cybrus Agent. Kann nicht schaden. Und vielleicht ziehen. Auch nicht verkehrt. Miranda hat ebenfalls sechs Punkte. Ich würde sagen, ich mache es hier tatsächlich ähnlich. Überlastung oder War. Reißt Feinde auf molekularer Ebene auseinander und blockiert die Gesundheitsregeneration. Überlastung. Aus enormen Scheinern an Schilden und synthetischen Feinden zu verursachen. Betäubt Überlastung synthetischer Feinde kurzzeitig. Ich glaube, ich würde eher auf Warp erstmal gehen, weil... Ausgründen. Ach, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang, Farget. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Arsgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Specter nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und Ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf Sie hat. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantäne-Warnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solos eine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen allein zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batallianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte. Ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Bat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich Ihnen bei Ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Schön, Sie bei uns zu haben, Saeed. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannter hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Sons. Leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elfell Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Ja, Said. Ich würde sagen, ein Charakter, der polarisiert. Ich persönlich mag ihn nicht sonderlich. Aber naja, was wir mal machen. Er ist halt dabei. Kommen Sie schon. Lassen Sie mich rein. Aria! Gehen Sie rein. Wir haben auch ziemlich gemerkt. Wenn Sie sich überwachen. Wir wollen vielleicht kommen wir hin, oder was? Ah, hier. Er hier. Den starren Sie so an? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein. Es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut. Ich lasse sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Ja, die Vorbildspunkte nehmen wir natürlich mit. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, falsche, falsche, falsche Tür. Okay, dann schauen wir mal, was Aria sozusagen hat. Das ist nah genug. Stehen Sie still. Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spektors nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und Sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn Sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn Sie es vergessen, wird jemand Sie daran erinnern. Und dann werfe ich Ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es Ihnen wohl schwer, ihn den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er Ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger, als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetauft und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führungen. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, wie es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf der Stance halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ja, sonderlich zugänglich ist sie nicht. Eins kennen und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Ja, ich glaube, das war es dann auch soweit. Danke für die Information. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir mit Morden Solis. Und campen uns mal ein bisschen durch die Quarantäne. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Wir sind ein paar Tage für nur eine Erd. Dabei können wir Ihnen helfen. Katanas Relationships wurde nur für einen Zweck gegründet. Um einsamen Klienten und Leidenschaft sein, ihre perfekten Partner zuzuführen. Wählen Sie aus hunderten potenzieller Verbindungen aus. Bereit, das Ende ist nah. Menschen sind ein Schandfleck in die Reinheit der Galaxie. Sie, Sir. Sie sind ein Schandfleck. Und Sie. Und Sie, Mensch. Und Sie. Holla, Hass, dieser Mensch. Naja. Äh, dieser Mensch. Ihr wisst was ich meine. Atariana. Dieser Atariana. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Ähm. Ähm. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei. Aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment. Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie misst, Kerl. Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Zum Glück sind Menschen immun gegen die Seuche. So, ja, dann schauen wir mal. Okay. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Gut. Will ich auch hoffen. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Na dann. Versuchen wir es mal mit der. Sie haben die Toten wohl einfach auf der Straße liegen lassen. Brennende Leichen wollen wohl verhindern, dass sich die Seuche weiter ausbreitet. Wohl. Bank-Terminal erstmal hacken. Finden Sie passende Code-Segmente. Finden Sie den Code, der zu dem Code in der linken oberen Bildschirmecke passt. Wählen Sie ihn aus. Vermeiden Sie rote Codes. Finden Sie alle Paare vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen zu hacken. Okay. Einmal der. Einmal der. Und... Das wird es sein. Jawohl. Das wird es sein. Sieht aus, als hätte er sich freigraben wollen. Niemand will wie ein Tier in der Falle zugrunde gehen. So, haben wir ja sonst noch irgendwas, außer... Die Mistkerle haben uns in diesem Zimmer eingesperrt. Sie sagten, wir wären infiziert. Die Idioten können die Seuche nicht von einer normalen Erkältung unterscheiden. Wir können hier nur sitzen, bleiben und warten, bis ihnen ein Licht aufgeht. Zum Glück haben wir ein Kartenspiel. Und zwei Tage. Es hat nicht mal jemand nach uns gesehen. Hätte nie gedacht, dass die Blue Suns mich im Stich lassen würden. Die Gruppe hat mal Wert und eine Überzeugung. Wenn ich hier rauskomme, werden sie dafür bezahlen. Ja, 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 kriegt man ja schon vom Zuhören, Corona. Den ist jetzt nicht besonders. Ich glaube, er hat wirklich die Seuche. Ich muss hier raus, bevor er mich auch noch ansteckt. Es ist aber auch ganz schön naiv zu glauben, dass er bei seinem Zustand nicht infiziert ist, sondern nur so eine Erkältung hat und der Zimmernachbar natürlich der hat. Der ist gestern gestorben. Trotzdem meidet er noch immer mit mir. Es fühlt gut, seine Stimme zu hören. Schöner, wenn man Gesellschaft hat. Ja, also ganz dramatische Zustände hier. Und gerade eben haben wir auch jemanden da sitzen sehen. Genau, batarianisches Opfer. Sprechen wir mal mit ihm. Ein Mensch, hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch. Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Wortschaden. Ich muss Morden Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Wortschaden diesen Morden und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt. Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erst mal helfen. Sie... Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen... ...aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten... Was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Vulture nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Vulture sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Vulture die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Vulture nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht. Aber alle Beweise deuten auf Ihre Spezies hin. Ich muss Morden Saulus finden. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich. Aber vielleicht kann er wirklich helfen. Was macht Morden schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Sons wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit seiner Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Sie sprachen vorher über die Vulture. Vor der Quarantäne haben die Blue Sons den Bezirk kontrolliert. Aber als die Seuche große Teile von ihnen dahin gerafft hatte, kamen die Vulture. Die Blue Sons kämpfen um ihr Revier. Aber wenn die Seuche sich weiter so ausbreitet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Vulture die Oberhand gewinnen. Ich glaube, merken wir jetzt nicht aus ihm raus. Deswegen würde ich sagen, ja, lassen wir es einfach. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch. Gut, dann habe ich mich gerade verguckt. Ich dachte, da wäre noch irgendwas. Ich bezweifle, dass die Pistole mich irgendwie grundlegend weiterbringt. Ich muss es einfach mal mit dem Sturmgewehr erst mal. So, was haben wir denn da? Dann haben wir noch ein Datenpad und ein Band-Safe. Geht aus dem Credits, nehmen wir gerne mit. Heute Morgen sind die Blue Sons vorbeigekommen. Sie haben was mit meiner Tür gemacht. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Vielleicht ein Kurzschluss. Sie sagten, sie wollen die Ausbreitung der Seuche kontrollieren. Dabei bin ich nicht mal infiziert. Verdammte, Toria. Das ist bestimmt eine Schutzgeldnummer. Erst schließt es mich ein, zwei Tage ein. Und dann darf ich wieder raus, wenn ich dafür bezahle. Okay, ich glaube, wirklich mehr haben wir hier nicht. Das Datenpad. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Nee, das wollte ich nicht. Eher das. Ja, dann würde ich sagen... Alles klar. Feinde vor uns. Nehmen die Deko. Ja, irgendwie ist mir die zu ungenau auf die Entfernung. Ja. Also ein kleines Besatzteil. Gute Reise! Ja. Schon besser. Jetzt gerade mal gucken. Dann muss ich mich jetzt mal wieder so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Die ist ja im Moment so ziemlich arg Ranch Simulator lastig. Ja, sieht aber so heute alles gut aus. Vorne ist, glaube ich, nichts mehr. Na. Oh, dem Himmel sei Dank. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Sons hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum sind die Blue Sons hinter Ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht Ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Vorgia unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Sons. Sie sagten, die Vorgia wären direkt nach Ausbruch der Seuche gekommen? Direkt nachdem der Bezirk unter Quarantäne gestellt wurde. Vorgia sind immun gegen Krankheiten, also konnte Ihnen nichts geschehen. Keine Ahnung, wo sie herkamen. Bis dahin gab es hier nur wenige Vorgia. Es sah so aus, als wären sie auf diese Situation gut vorbereitet gewesen. Aber keiner glaubt, dass die Vorgia schlau genug wären, um so ein Virus zu entwickeln. Die Blue Sons brauchen einen Sündenbock und da kommen wir gerade recht. Sie sagten, die Vorgia hätten das Revier der Blue Sons übernommen? Sie haben es versucht. Aber so leicht geben die Blue Sons nicht auf. Die Seuche hat sie geschwächt. Aber sie haben immer noch genug Feuerkraft, um einen Teil ihres Reviers zu verteidigen. Die Turianer werden zurückgedrängt. Je tiefer sie in den Bezirk kommen, desto mehr Vorgia werden sie sehen. Natürlich nur, wenn die sie nicht zuerst entdecken. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Wann hat das alles angefangen? Die ersten Fälle gab es vor ungefähr zwei Wochen. Niemand hat groß darauf geachtet, bis die Epidemie losbrach. Es dauert etwa eine Woche bis zum Tod. Aber die Seuche verbreitet sich sehr schnell. Drei Tage nach dem ersten Opfer gab es schon über 50 Fälle. Plötzlich fiel allen auf, dass Menschen nicht krank wurden. Als nächstes kam die Quarantäne und dann brach die Hölle los. Wissen Sie, wie die Opfer sich angesteckt haben? Nicht genau. Vermutlich über die Luft. Aber selbst als die Blue Sons die Opfer in ihren Apartments eingeschlossen hatten, breitete sich die Seuche weiter aus. Jetzt werden die Opfer einfach niedergeschossen und auf der Straße verbrannt. Scheint aber trotzdem nicht zu helfen. Die Leute sterben weiter zu Dutzenden. Erzählen Sie mir mehr über die Blue Sons. Sie sind eine Söldnertruppe, hauptsächlich Dorianer. Sie haben früher diesen Bezirk beherrscht und hielten alles ordentlich und stabil. Jedenfalls zum größten Teil. Wer seine monatlichen Schutzgelder bezahlte, hatte auch wirklich seine Ruhe. Sie haben auch gar nicht so viel verlangt. Zumindest nicht für die Verhältnisse auf Omega. Und dann brach diese verdammte Seuche aus. Überall Tote. Als nächstes kam die Watcher. Die Blue Sons verloren die Kontrolle und der gesamte Bezirk wurde zum Kriegsgebiet. Ich muss morgen Solus finden. Ach ja, der. Hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den solchen Opfern zu helfen und bietet Schutz vor den Sons und den Watcher. Na klar. Ein Arzt mit Militärmechs, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Watcher wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht. Einfach so. Pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Mechs einsetzen. Dann hörten die Blue Sons, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben. Das ist eine Todesfalle. Bei Morden haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Sons und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordens Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Sons und die Watcher beschießen. Deshalb kann ich Sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hierbleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordens Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Ja, also mir fällt irgendwie so auf, wie kurz dieser Dungeon irgendwie nur ist. Ich habe da irgendwie viel länger in Erinnerung. Aber ist ja nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte hier was vergessen. Ich muss mal gucken. Irgendwie noch so in Erinnerung habe, dass ich die mal ausgeraubt habe vor Ihren eigenen Augen. Ein paar hundert Credits. Ja, da ist er doch, der One Save. So, wir geben mal schnell 4000 Credits abgeluchst. Jetzt haben wir hier modifiziert das Sturm. Das nehme ich mit. Schaden. Ah ja. Sehr gut. Können wir alles gebrauchen. Das darf man nur noch treffen, dann wäre das hier echt eine gute Position. Dann gehe ich die Waffe mit mir. So. So. Das dürfte Ihre Systeme stören. Ja, die sind gut versteckt. Vielleicht ja so. So. Ja. Freut. Höse Tagüberlastung aus. Ja, jetzt muss ich mal annehmen. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Noch so ein Bloodpack. Noch haben wir so einen Koran. Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist nicht gut für Sie. Naja, jetzt scheinen wir es erledigt zu haben. Ich glaube, ein bisschen Munition brauchen wir noch. Und gerade, was sagt man? Stromgewehr sagt z.B. wieder voll. Scharfschützengewehr ist auch wieder voll. Thema. Ja, also Steuerung könnte noch ein paar Minütchen dauern, bis ich mich da wieder eingefunden habe. Ja, jetzt muss ich noch mal gucken, wo es hier lang geht. Also hier geht es ja scheinbar nicht lang. Ja, auch nicht. Hier scheine ich ja herzukommen. Ich glaube, es geht da weiter. Oder warte mal. Ich gucke erstmal hier noch, was hier so war. Ja. Joa, nehme ich mit. Hey, 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 zurück. Wir waren zuerst da. Mhm. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Thorianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sie es die Watcher oder die Blue Sons. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen sie uns erschießen? Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Sons zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihr Revier plündern. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es ihnen stecken könnten. Sind der Kram von einem toten Thorianer und ein paar Credits das Risiko, denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen. Aber so wie sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Kennen sie einen Salarianer namens Morden Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn sie da hinwollen, brauchen sie jede Menge Munition. Dort wimmelt nur so von Blue Sons und Watcher. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, sie haben sich wahr genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Ja, also mit denen will ich mich dann auch nicht großartig hier abwenden. Okay, dann einmal wieder zurück, Marsch, Marsch. Und ich glaube, dass wir jetzt hier gegenüber ging es weiter, oder? Ja. Ja, da sind wir schon. Wiederbewaffnung. Morden muss hier irgendwo sein. Reden sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Tut mir leid. Für Plaudereien habe ich keine Zeit. Sie sollten lieber Morden finden. Alles klar. Professor, uns geht das Epoxidin aus. Nehmen sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Dann bei Battarianern zu Krämpfen führen. Daher zusammen mit Butemrol verabreichen. Malanarin. Senozin ist der Katalysator. Verbindet sich mit Markierungsgenen. Schwer zu kriegen. Teuer in der Massentierstellung. Warum nicht Herr Plakor? Zu... Professor Morden-Soulos? Hm. Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Roger? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Roger nur Symptom. Nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein. Zu viele Waffen. Zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten? Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht. Nur die Ruhe Morden. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein. Zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Solche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Haben Sie je von einer Organisation namens Cerberus gehört? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Die Kollektoren entführen ganze Menschenpopulationen. Wir werden den Grund dafür herausfinden und sie aufhalten. Kollektoren? Interessant. Solche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie. Haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst solche aufhalten. Habe bereits Heilmittel. Muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorgia bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorgia. Was zum Teufel war das? Die Vorgia haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Sons. Könnte sich gegen Vorgia als praktisch erweisen. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorgia, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Sons und Vorgia kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Dann auf zur Umweltanlage. Handkanone M6... M6... äh... Carnifex. Erhalten. Okay. Dann, jo. Helfen wir ihm noch und hoffen dann darauf, dass er danach sich uns anschließt. Ich würde vielleicht ganz gerne noch eine Sache machen. Dafür muss ich mal ganz kurz rauszappen. Und zwar würde ich das Spiel vielleicht noch einen Ticken lauter machen. In der Hoffnung, dass es dann in Kampfhandlungen nicht zu laut wird. Aber Dialoge scheinen mir vielleicht ein bisschen zu leise. Ähm... Wenn ihr das anders empfindet, sagt mir gerne Bescheid. Was haben wir hier noch? Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Medigill-Kapazität, jo. Okay. Dann müssen wir da vorne, glaube ich, weiter. Ja? Mhm. Suche mir Deckung! Nehme Deckung! Schwere Waffen! Dich? Ja? Dich? 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 Annen Sieg. Ach, genau. Bist du da vorne? Oh man. Bist du da vorne? Ja? Dich? Du. Dich? Dich? Bist du? Ah, dann wechseln wir mal die Waffe. Wechseln wir mal die Waffe. Oh, ich glaube, das war's. Das war nicht für das Erste. 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 Das ist für das Erste. Das ist für das Erste. Das ist für das Erste. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Oh, was haben wir denn noch? Haben wir vielleicht irgendwas zum Abspielen? Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Schieße jetzt! Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Oh, ich trau dem Bart noch nicht. Oh, ich trau dem, ich trau dem, ich trau dem. Okay. Das wäre dann der erste Bereich, den wir noch säubern müssen. Erste Zinsparator eingeschaltet. Und ja, jetzt müssen wir dann nochmal das Ganze die andere Seite... Ups. Ja, bleibt mal wirklich alle da so stehen. Ne, irgendein Team glaube ich nicht. Oh. Da oben ist da noch einer. Würdest du nicht beziehen? Dankeschön. Und bitte die Waffe nicht wechseln. Das wäre... Herz allerliebst. Da oben ist es. Da oben ist es. Da oben ist es. Da oben ist es. Das hat wehgetan! Das hat wehgetan! Mal schauen, dass man anders nicht... ...die ich nicht um kann. Okay, das scheint es jetzt wieder gewesen zu sein. Meine Ventilatoren laufen. Das war's dann wohl. Ach, Mensch. So. Umweltsysteme aktiviert. Virusdichte in der Luft sinkt. Patienten erholen sich. Die Vulture ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Mein Assistent Daniel wird immer noch vermisst. Irgendeine Spur? Ich habe ihn nicht gefunden, Morden. Vielleicht lebt er noch. Es besteht Hoffnung. Wenigstens sind die Vulture ausgeschaltet. Hoffentlich haben sie sie alle für ihre Untaten bestraft. Widerspricht Töten nicht ihrem Naturell, Doktor? So einfach ist es nicht. Manchmal ist Gewalt notwendig. Sie ist nicht gut, nicht böse. Nur ein Werkzeug. Ich helfe Leuten. Manchmal heile ich Patienten. Manchmal töte ich gefährliche Feinde. Beides hilft. Die Vulture zum Beispiel haben Unschuldige angegriffen. Die Seuche verbreitet. Sie zu töten war notwendig und gerechtfertigt. Wir haben die Seuche besiegt. Werden sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja. Es ist unerwartet mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei ihrem Schiff. Freue mich darauf. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandy. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Also den Assistenten, den hätte man auf jeden Fall noch gefunden. Hätte man auf jeden Fall noch getroffen. Ähm, den habe ich jetzt nicht gefunden. Es ist irgendeine Seitentür gewesen, wo man noch hätte reingehen müssen und dann, ähm, ja, hätte man den Assistenten aus den Fängen von Blue Suns, glaube ich, befreien müssen. Ja, das ist mir jetzt durch den Lacken gegangen. Schade. Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher Selbstgeheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen. Weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf gegen Aliens zu sein. Problematisch. Belügen Sie sich nicht selbst, Professor. Für den Unbekannten kommen die Menschen nach wie vor an erster Stelle. Aber diese Mission ist zu schwierig, um sie alleine zu meistern. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Randbereichen des Terminus-Gebiets. Keine gewöhnlichen Entführungen. Für gewöhnlich brauchen sie mich nicht. Ganze Kolonien verschwinden spurlos. Es gibt keine Notsignale und keinerlei Hinweise auf irgendeinen Angriff. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es? Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Ja, das war also die erste Mission, die wir erfolgreich absolviert haben. Unser erstes Crewmitglied also ist an Bord. Und dann würde ich sagen... Kümmern wir uns direkt um das nächste Mitglied. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oder wir gucken erstmal nach den Mails. Ach du liebes Bisschen. Puh. Von Stornwick-Dobbs, Bankberater. Sehr geehrter Commander Shepard, danke für die Versendung Ihrer aktualisierten Patientenakte. Ihr Status wurde von Verstorben in Am Leben geändert. Nach Abzug bescheidener Verwaltungsgebühren für das Schließen der Akte der folgenden Statusänderung und der Reaktivierung Ihres Kontos verbleiben Ihnen 100.000 Credits im Haben. Danke, dass Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ascension Financial Services abwickeln. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Der unbekannte Shepard. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdieben Kasumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch wenige haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sie sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezirk auf der Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Gehen Sie dort das Passwort schweigenistgold ein, um das Treffen einzuleiten. Bogenprojektor. Es gab kürzlich einen Geth-Vorfall bei einem unserer Außenpocken im skylianischen Strandsektor. Keine Sorge, ich schicke Sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der GEF geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erstmal im Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie Ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt noch nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist so weit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten IT. Typhoon System im Phönix Haufen Cluster. Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit diskret. Aufklärungskapuze Shepard Unsere Panzerungstechniker hatten die Idee, dass sie vielleicht nicht überall, wo sie hingehen, ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben ihnen eine Kapuze geschickt, die Cerberus an seine Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügt über zusätzliche Mikrocomputer-Funktionen, die ihnen gefallen könnten. Die Kapuze befindet sich bereits in ihrem Quartier. Admiral Hackett Wir möchten sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst ihren Fuß dort hinzusetzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normen, die werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn sie irgendetwas von den Vermissten finden, würden wir sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen von Projektfeuergänger. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Casey und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Restteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Zeona Elista Ismargrenze gesehen. Und der Unbekannte, ja gut, das ist das mit Said Massani. Das braucht mir, glaube ich, nicht weiterzulesen, denn das haben wir ja schon soweit gemacht. Ich könnte die aber jetzt einmal als gelesen markieren, denn ich habe sie ja jetzt gelesen. MediG-Kapazität, das könnten wir bei Gelegenheit dann auch mal so langsam erforschen. Dann schauen wir mal. Wir docken einfach nochmal an. Denn da gibt es ja noch jemanden, der rekrutiert werden will. Und wir nehmen mit einmal Morden und einmal Miranda. Ich würde, glaube ich, gerne die Brandmunition etwas weiter erforschen. Okay. Jetzt nehme ich dem jetzt langsam mal in Ruhe mit der Karte. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Aha. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei sieht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Du wirst auf einen guten Kampf? Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo's Ark Angel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als Freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sie müssen mehr als das wissen, wenn Sie überleben wollen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich grad 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an, was da los ist. Es kann doch nicht sein, dass drei Söldnergruppen nicht in der Lage sind, einen einzigen Typ auszuschalten. oder eine einzige Person auszuschalten. Blue Suns Fahrer. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. In der Zeit. Reihendor. Ähm, ja, acht Punkte. Können wir ein bisschen in Verbrennung investieren. Kyro-Strahl. Ach, warum nicht einfach mal so? Die Render hat drei Punkte. Überlastung. Nehmen wir ruhig mal Warp wieder, oder? Gesundheit plus 15 Waffenschaden. Nehmen wir ruhig mal Warp. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es rein kann. Und da kommen wir ins Spiel? Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt ja ein bisschen nach einer Selbstmordaktion. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Reinkommen ist ganz einfach. Rauskommen eher problematisch. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. So sieht's aus. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal so ein bisschen hier durchklamüsern. Gucken, was hier so alles rumliegt. Ein paar Gespräche führen mit denen. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Max und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn Sie sie vor Ihrem Abzug schwächen, verbessert das Ihre Chance. Genau, also wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die einzelnen Gruppen schwächen. Ein paar Mittel kenne ich. Ich muss jetzt erstmal Schritt für Schritt weitergehen. Während die erste Welle loslegen, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. So, Tarak, ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Aria eine Chance hat. Okay. Ich kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen? Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob Sie überleben oder nicht, liegt ganz an Ihnen. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn Ihnen so viel daran liegt, Eclipse kontrolliert etwa 20 Prozent von Omega. Unsere Transporter und Max halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine. Aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches. Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Nö, das war's. Ich geh dann mal. Gute Idee. So, haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir aufsammeln können? Nee, irgendwie nicht. Dann gehen wir doch mal weiter in den nächsten Raum. Gucken, wen wir hier haben. Okay. Das ist einmal hacken. Das nehme ich mir mit. Welchen nehme ich? Welchen nehme ich? 4.000 Credits. Da haben wir Element Zero. Freund, Feind, ID umgehen. Das klingt doch mal brauchbar. Zielparameter neu konfiguriert. Das müsste Sie ausbremsen. Perfekt! Er wird ziemlich feindselig sein, wenn Sie ihn aktivieren. Und dann geht's einmal in den nächsten Raum. Was wollen wir hier? Was wollen wir hier? Die Menschen abschauen! Ja, sieht nach Bloodpack aus irgendwie. Sie sind am falschen Ort Freischaffende. Sind Sie der Anführer des Bloodpack? Garm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Wann greift das Bloodpack an? Der verdammte Taric will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihn in die Quere kommen. Hä? Wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Warum ist das Bloodpack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Bloodpack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch. Und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer. Und ist Schuld daran, dass ich für meinen Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur an. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Torianer. Also noch ein Stück hässlicher als sie. Und er ist tapfer. Bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens. Aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt. Aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn gewahrsam hatten. Ja, ich glaub das war's dann auch. Ne? Also mehr haben wir hier nicht. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. So und als letztes müssen wir dann... Lassen Sie uns in Ruhe gehen. Ja komm. Ja komm. Ich hab mal einen Ball platt. Was haben wir hier? Ich komm mal gar nicht her. Ja, wir kommen da her. Hier sind wir reingegangen. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier auch. So, Datenpads. Let's get it. Ja. 6.000 Credits nehmen wir auch. Dann können wir hier zusammen. Wir werden durchlaufen. Sorki. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Sorki. Sie haben ihn getroffen, als sie abgesetzt wurden. Er hat über Funk durchgegeben, dass sie kommen. Sie drei unterscheiden sich deutlich von den meisten anderen Freischaffenden. Wie auch immer. Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Arp Angel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung. Ha. Tarek ist der einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkern von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Unser Plan lautet also einfach unbeirrt nach vorne zu laufen immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. Wie kommt das Infiltrationsteam an Archangel ran? Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um sie scharf zu machen. Die Brücke ist also der einzige Zugang? Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Spreng-Einheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Führen Sie den Angriff an? Ha, Tarak bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Ziel ist in Sicht. Es geht los. Roger! Bravo Team! Los, los, los! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarak beschließt, dass er ihn braucht. Wo habe ich nur das Universalwerkzeug hingelegt? Archangel hat Probleme. Nicht viel Zeit. Allzu lange sollten wir aber nicht warten. Wir bereiten diesen Kern selbst eine Überraschung. Kampf steht bevor. Well, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So, haben wir hier noch irgendwo... Naja, da vorne ist noch ein bisschen Munition. Das ist natürlich mit. Jetzt haben wir hier... Das könnte nützlich sein. Tag Schaden nehme ich mit. Was haben wir noch? Ja, nee. Ich glaube, das reicht für den Moment. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Shepard. Dachte, sie wären tot. Geras, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söpner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in der... Es war nicht... Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben. Wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte. Für Sie reicht einfach, Garris. Sie haben mich übrigens ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Nur Betäubungskugeln, ohne Schaden. Aber die Söldner sollten nicht misstrauisch werden. Aha. Wenn ich nicht nur Ihre Schilde hätte ausschalten wollen, hätte ich das auch getan. Außerdem haben Sie sich sehr viel Zeit gelassen. Ich musste Sie in Bewegung bringen. Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert es genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Also sitzen wir nur rum und warten, bis Sie uns ausschalten? So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich Sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in Ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan. Aber es ist ein Plan. Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Wenn wir als Team kämpfen, können wir Sie auf Distanz halten. Sie haben recht. Hier drinnen hilft Ihnen Ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass Ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eklips würde ich meinen. Das sind weitaus mehr als nur Speer. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie? Machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkern mit allem Emmer. Das war mir jetzt gerade recht. Ja, jetzt wieder Brandmunition umstarten. Ja, jetzt wieder. Das ist ja nur eine Munition zusammen. Das war's für heute. Wenn man will, dass was ordentlich erledigt wird. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Agentur. Los! Das Problem müsste sich eigentlich von selbst lösen. Los! 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 Den habe ich weggefolgt. Ein Blink-Festival an Thermomunition oder Thermo-Pazier. Ein Blink-Festival an der Strecke. Ein Blink-Festival an der Strecke. Ein Blink-Festival an der Strecke. Sturmgewehrm 15 Bandicator. Das waren anscheinend alle. Suchen Sie mich bevor die sich neu formieren. Sie haben es echt drauf Shepard. Sie sind kaum an mich rangekommen. Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Warum waren Sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes Iso im gesamten Citadel-Gebiet transportiert. Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega. Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt. Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten. Es sind immer noch Bloodpack und Blue Sons übrig. Sollen wir versuchen durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber Sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Was zum Teufel war das? Verdammt! Sie sind in der unteren Ebene. Tja, irgendwann mussten Sie einmal Ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Wir sind unterwegs. Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Sie müssen schnell da runter. Viel Glück. Ja, dann gehen wir doch direkt mal schnell da runter. Wow. Das war ja ziemlich wild. So, dann einmal zum nächsten. Und vielleicht mach mal erst den, weil der ist bescheidener. Ein bisschen bescheidener ist der. Jetzt bin ich damit so'n bisschen hoch ausgenommen. Baron? Doch nicht. So gut. So gut, die Flanke durchzubrechen. Der nächste! Der nächste! Guter Schuss! Zeit! Guter Schuss! Ach so, ich dachte noch nicht. Deiner ist erledigt. So, das wäre Nuko Nummer 2, jetzt fehlt es nur noch an einer. Einer ist erledigt. Bestätige. Suche Deckung. Ziehe mich aus der Schusslinie zurück. Nehme Deckung! Schild ist unten! Was soll denn das? Warum gehst du nicht? Und einmal bitte... Ist hier keine Heilung? Puh, das war knapp. Der hat mich doch ziemlich hart erwischt. Genau da! Unterwegs! Kein Problem! Genau da! Einer weniger! Verstanden! Wird erledigt! Gehe in Deckung! Ein bisschen mehr drauf als das! Feinsreiß an! Hierher, Shepard! Sie kommen durch die Tür! Reißen Sie sie in Fetzen! Geben Sie mir Deckung! Ich kümmere mich um Archangel! Sie haben uns gesehen! Ah! Beeindruckender Schuss! Einer ist erledigt! Aufmerksam vorbei! Kroganer im Ansturm! Ich hab's! Na, Kampf! Problem! Rennen! Rennen! Okay, das sieht ja eigentlich schon wieder ruhig aus! Ja, nehmen wir jetzt mit! Ach! Harte Kerle! Harte Kerle! Aber ich hab schon Schlimmeres erlebt! Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet! Der Tag wird mit jeder Minute besser! Das war ein wirklich zäher Bursche! Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal! Hab ihn allein erwischt! Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen! Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen! Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert! Eine Laune der Natur! Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind! Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen! Diesmal nicht! Nur die Blue Suns sind noch übrig! Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen! Sie haben vermutlich recht! Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimm! Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen! Achtung! Verdammt! Ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet! Wir laden Truppenmann! Aufpassen, Chef! Wir müssen ihn vorbereiten! Kommen Sie zu mir! Gämmh... Weck's! Sehr hübsch! Sie seilen sich an der Seitenwand ab! Erdgeschoss! Jetzt müssen wir anscheinend überall hin. Ratsch, der hat gesessen. Aber das ist immerhin momentär. Das ist ganz krass. Ratsch, der hat gesessen. Anstrengung! Beglaubt man, sie können sich mit dem Rotantraus legen. Das hat sie in der Hälfte! So, jetzt nehme ich meinen grünen Banat davon. Ich nehme die... Oh, ich habe die Infektionssicht gerade. Und einmal mit der Granat herfahren. Okay, keine Munition mehr. Dann... Ohne Probleme. Gareth! Wir schaffen sie hier raus, Garrus. Halten sie durch. Funken sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Er ist in übler Verfassung. Wir müssen ihn hier rausbringen. Kommander. Wir haben unser Möglichstes für Garrus getan. Aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Was in der Falle geschieht. He he! Ah! Bringen Sie mich nicht zum Nachen, verdammt! Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja... Es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garris. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir jetzt mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Jo, das ist dann also Crewmitrieb Nummer 2. Und ich würde sagen, wir quatschen dann auch mal ein bisschen mit Ihnen. Und erst machen wir mal... Ja, Jacob, ich möchte erst mal ein bisschen mit Mordling quatschen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Oder vielleicht gucken wir erst mal so nach den Upgrades. Ein bisschen was haben wir ja schon. Waffenupgrades, Sturmgewehr. Könnten wir sogar schon machen. Was haben wir sonst noch so? Panzerungsupgrades. Medi-Gel-Kapazität. Könnten wir uns auch noch leisten. Und dann haben wir Tech-Schaden. Wir haben auch schon mal mit, was wir haben. Das haben wir. Und dann haben wir Chipsverbesserung. Krankenstation Upgrade. Nö. Inferno-Panzerraum. Okay. Punition für schwere Waffen. Und... Warum nicht die auch mal. So, wollen wir noch reden, bis das Jahr das einmal durchgelaufen ist. Und dann können wir nochmal mit Morden sprechen. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Solche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein. Es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute. Den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation. Operiert im Geheimen. Kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung. Falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Ja, dann mal weiter. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Käpt'n namens Kirahi. Habe die Genophage der Korganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von korganischen Kolonien entnommen. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würrmeyer zu zerstören. Habe schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Käpt'n. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten, wir das Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nicht zu ungut. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezie ist nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die Kroganischen Rebellionen überwacht, mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung. Kein Grund zur Sorge. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Bio-Waffe entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam, wo über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers, oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kroganer auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. Ja, ich glaube dann... War nett mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Alles klar. Dann sind wir da soweit fertig. Dann können wir jetzt... Ne, hier können wir nicht hin. Oder hier wollen wir erstmal auch nicht hin. Dann sprechen wir doch mal mit Gareth. Gareth, den finden wir... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Nein, wir lesen das bei Mails. Wo mich nicht verpflichtet zu haben. John Whitson. Hey, Ari hat mir ihre Adresse gegeben. Ich habe... Die haben uns im Afterlife of Omega getroffen. Sie haben mich davon abgehalten, bei den Söldnern anzuheuern, die Archangel erledigen wollten. Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken und erst ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gesehen, dass Archangel fast alle dieser Söldner erledigt hatte. Ich weiß nicht, wer sie sind und wie sie da selber lebend rausgekommen sind, aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hätte mit Sicherheit dazugehört. Ich werde versuchen, aus meinem Leben das Beste zu machen. Besser ist das. Cerberus Oberkommando. Berichten zufolge sind sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten, dass sie sich um eine Sache auf dem nicht weit entfernten Planeten Lorik im Fatal-System kümmern. Scannen sie den Planeten nach einer Basis, wo Eclipse unseren Informationen nach einen unserer Agenten festhält. Sie müssen... Sie müssten eigentlich einen Transmitter orten können. Holen Sie ihn raus und falls er nicht mehr gerettet werden kann, sichern Sie alle relevanten Informationen, die Eclipse von ihm erhalten hat. Der Auftrag ist streng geheim, Shepard. Wir verlassen uns auf Ihre Diskretion. Okay, dann könnte ich die jetzt auch eigentlich ins Reich der gelesenen Nachrichten verbannen. So, und jetzt kümmern wir uns aber um Gareth. Da haben wir dann einmal die... Mannschaftsquartiere. Jawohl. So, ich weiß jetzt nicht genau... Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet, Bignon und Kaffir kommen gleich. Sie muss nur hier die Ziele der Kirche rüber. Das wäre doch... So, sprechen wir mal mit ihm. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission, das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Was hat Ihre Söldnertruppe gemacht? Es klang nicht so, als könnte man Sie anheuern. Sie haben Omega doch gesehen. Voller Krimineller, die auf die Hilflosen einprügeln. Ich habe mein Team gebildet, um zurückzuschlagen. Wir waren keine Söldner. Zumindest hat uns niemand bezahlt. Wir haben Geld gemacht, indem wir Sklavenhändler, Piraten oder Gangs, die zu weit gegangen sind, aus dem Spiel genommen haben. Das klingt, als wären Sie auch nur eine weitere Gang gewesen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wir haben niemanden erpresst. Keine zivilen Opfer. Das war unsere Regel. Jedes Mitglied meines Teams hatte jemanden durch die Gangs auf Omega verloren. Es ging uns nicht darum, reich zu werden. Wir wollten erreichen, dass diese Schweine es sich zweimal überlegen, bevor sie jemanden auf offener Straße umlegen. Dann kam es mit den Gangs wohl eher selten zu tieferen Freundschaften. Drei Söldnergruppen haben sich zusammengetan, um mich zur Strecke zu bringen. Mein Vorgesetzter bei C-Sicherheit wäre bestimmt beeindruckt. Es war ganz einfach. Wir haben ihre Lieferungen überfallen und alle Aktivitäten gestört. Sie empfindlich getroffen, damit sie richtig wütend wurden. Dann griffen sie an und stürmten direkt in unsere gut vorbereitete Todeszone. Kreuzfeuer und Scharfschützen. Chirurgisch sauber. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Wie kamen sie dazu, Söldner hier auf Omega zu bekämpfen? Nach der Zerstörung der Normandy gingen die meisten von uns getrennte Wege. C-Sicherheit wollte mich zurück, aber ich habe abgelehnt. Auf Omega gab es jede Menge Kriminelle, mit denen niemand fertig wurde. Und keine Regeln, die mich bremsen konnten. Es war einfach perfekt. Die Leute hier brauchten jemanden, an den sie glauben konnten. Jemanden, der den Verbrechern die Stirn bot. Das erklärt, wie es angefangen hat. Aber wie kamen sie zu einer eigenen Truppe? Ungefähr so, wie sie ihre Truppe für den Kampf gegen Saren formiert haben. Man beweist, dass man was auf dem Kasten hat. Dann kommen die Leute von selbst. Seltener die bereuen. Sicherheitsberater, die es satt haben, die Regeln zu befolgen. Ich habe ihnen Hoffnung gegeben. Und jetzt sind sie tot. Ich hab's ja so drauf. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wir waren zu zwölf. Mich eingeschlossen. Ex-Militär, ex-C-Sicherheit. Das Übliche. Ein Salarianer war unser Spreng-Experte. Ich wette, dass er mal bei der Special-Task-Group war. Mein Tech-Experte war ein Battarianer, ob Sie's glauben oder nicht. Nicht gar nur ein freundlicher Kerl. Aber er konnte jedes System hacken, das je gebaut wurde. Ja, ich glaube, da müssen wir dann... Mal weiter... Was ist Ihnen zugestoßen? Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meiner eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Torianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meiner Einheit angegriffen haben. Und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was genau ist passiert. Sidonis hat mich um meine Hilfe bei einem Job gebeten. Als ich am Treffpunkt ankam, war niemand dort. Als ich wieder in unserem Versteck war, hatten die Söldner bis auf zwei Mann meine ganze Einheit umgebracht. Und die hielten dann auch nicht mehr lange durch. Sind Sie sicher, dass es Verrat war? Vielleicht haben Sie Sidonis zuerst ausgeschaltet. Nein. Ich habe ein paar alte Kontakte angebohrt. Er hat kurz vor dem Angriff einen Flug von Omega gebucht. Außerdem hat er vorher noch seine Privatkonten leergeräumt. Er hat mich verkauft und ist dann abgehauen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiterjagen. Ich habe mein ganzes Team verloren. Außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Ja, also da haben wir ein bisschen was gehört von seiner Geschichte, während Shepard im Land des Schlummerns war, sozusagen. Und mühsam wieder zusammengepflegt wurde. Und ja, was machen wir als nächstes? Ich kann mal gerade gucken. Ich muss mal ins Kampfinformationszentrum. Also wir werden auf jeden Fall Omega jetzt verlassen. Was haben wir denn noch so? Also die Gefangene rekrutieren. Rekrutieren Sie den Warlord? Said helfen. Projekt Overlord untersuchen. Ja, also ich würde wahrscheinlich als nächstes in den Sanduhrennebel und die Gefangene rekrutieren. Ist auch eine sehr spannende Mission. Allerdings würde ich das nicht mehr heute machen, sondern beim nächsten Mal, vielleicht nur als kleine Information vorab. Ich habe mich dazu entschlossen, ein bisschen kürzer zu streamen, weil ich gemerkt habe, dass ich ja ein bisschen zu wenig schlafe. Deswegen werde ich auch nur noch so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden streamen. Jetzt gerade ist es halt eine etwas kürzere Folge. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ja eine Mission jetzt noch zu lange dauern würde. Und deswegen mache ich an der Stelle den Punkt. Wir werden uns, was Mass Effect angeht, nächsten Donnerstag wiedersehen. Da geht es dann weiter. Am Dienstag geht es dann weiter mit Ranch Simulator. Hallo, Voraussicht nach. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Follow da für die Leute auf YouTube. Da wird es natürlich auch nachher noch veröffentlicht. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Auch das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder auf Twitch oder auf YouTube. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.